Was aktuell meine Top 5 Nebenwerteaktien sind für den März 2024, die du mit Sicherheit noch nicht kennst und die aktuell noch sehr günstig sind. Welches dieser Aktienunternehmen fast zu 100% perfekte Kennzahlen in jedem einzelnen Bereich aufweist, welcher dieser Aktien aktuell historisch günstig bewertet ist und was wir hier für einen Aktienchart sehen und warum ich dieses Unternehmen höchstwahrscheinlich nächste Woche kaufen werde. All das in diesem Video, viel Spaß beim Anschauen. Ja, heute habe ich mir mal wieder was Besonderes für euch überlegt, nämlich meine Top 5 Nebenwerte für den März 2024, die du mit hoher Wahrscheinlichkeit noch nicht kennst und ich habe auch gleich 4 Unternehmen, die ich noch nie zuvor auf diesem Kanal vorgestellt habe und die gleichzeitig auch sehr günstig sind und ich kann euch schon mal versprechen, jedes einzelne dieser Unternehmen steht ganz oben auf meiner Watchlist. Alle 5 Einzelnen sind sehr spannend, daher an deiner Stelle würde ich mich ganz entspannt zurücklehnen und das Video von Anfang bis Ende in Ruhe anschauen. Davor aber noch ein kleiner Hinweis bzw. eine Dankesagung, wo ich mich vor allem freuen würde, wenn du als Zuschauer auch jetzt kurz dran bleibst, denn ich möchte wirklich ein großes Dankeschön sagen, nicht nur, dass wir die 20.000 Abonnenten erreicht haben in wirklich vergleichsweise kurzer Zeit, das freut mich extrem und das ist wirklich ein großer Meilenstein für mich, sondern ich möchte an der Stelle auch mal Dankeschön sagen an all diese tollen Kommentare, die ich unter jedem Video von euch bekomme, wo ich mich jedes Mal beim Lesen extrem freue, wie zum Beispiel hier, dass man bei meinen Videos immer Gefällt mir drücken kann oder auch an der Stelle, dass ich deutlich mehr als 20.000 Abonnenten verdient habe. Dafür seid ihr natürlich zuständig. Auch der Großteil, der mich hier schaut, der hat den Kanal noch nicht abonniert. Das heißt, wenn du noch nicht abonniert hast und wenn du hochwertig interessante Aktienvideos magst und noch nicht mehr verpassen möchtest, dann drück doch einfach den Abo-Button, das ist kostenlos, dann verpasst du kein weiteres Video mehr. Oder auch der freundliche Kommentar von dieser netten Dame. Ich freue mich allgemein auch immer über jeden weiblichen Zuschauer. Meiner Meinung nach investieren viel zu wenig Frauen in Aktien und da freue ich mich über jede Zuschauerin, die an der Stelle mit dabei ist. Auch gerade ihr könnt ja jetzt mal unter diesem Video besonders kommentieren. Da freue ich mich dann umso mehr die Kommentare zu lesen. Oder auch hier bezüglich meiner Kompetenz oder der wissenschaftlichen Herangehensweise, dass man auch sehr gute Ergebnisse mit meinen Tipps erzielen konnte. Und dann natürlich auch solche netten Kommentare wie der ist hier vom Andreas. Vielen lieben Dank an der Stelle, der die berechtigte Kritik ausübt, dass ich leider viel zu wenig Videos hochlade. Und ja, den Punkt kann ich tatsächlich verstehen. Zum einen sind meine Videos natürlich auch super aufwendig. Zum anderen habe ich natürlich auch einige Nebentätigkeiten, wie meine Rolle als Dozent. Da ist es jetzt wieder ein bisschen ruhiger, die Prüfungen sind ohne, aber da war eben gerade in den letzten Wochen sehr viel los. Und zum anderen, je größer mein Kanal ist, je mehr Abonnenten ich habe, je mehr Leute sich meine Videos anschauen, desto mehr Einnahmen kann ich damit erzielen und desto mehr kann ich mich voll und ganz auf den Bereich fokussieren. Das heißt, die größte Unterstützung, wenn ihr euch mehr Videos wünscht, ist wirklich kommentieren, liken, teilen, ein Abo dalassen, wenn ihr euch eh meine Videos regelmäßig anschaut, aber noch nicht abonniert habt. Und das ist wirklich die größte kostenlose Unterstützung, die ihr mir geben könnt. Und wenn wir schon mal beim Thema sind, das wollte ich in diesem Video eigentlich noch gar nicht erwähnen, weil es aber auch solche Kommentare gibt wie das hier. Und weil ich auch gerade zuletzt super viele E-Mails bekommen habe, wie man denn bei mir Kanalmitglied werden kann und was es für Mitgliedschaften gibt. Und da ich in diesem Video eigentlich auch schon einen Sponsor habe, dazu später mehr, wollte ich darauf jetzt in diesem Video eigentlich gar nicht eingehen. Aber wie gesagt, aufgrund all dieser Fragen, kurz und knapp, es gibt wirklich ein großes Update bei mir. Da gehe ich in den nächsten Videos nochmal ausführlicher ein. Denn der Mitgliederbereich hier auf YouTube, der wird verschwinden. Warum das Ganze so ist, da bin ich auch hier ganz ausführlich eingegangen in einen Post für all meine Kanalmitglieder. An der Stelle könnt ihr auch gerne pausieren und das Ganze in Ruhe durchlesen, wenn es euch wirklich interessiert. Aber für mich ist das einfach ein riesen Mehraufwand und deshalb wollte ich die Mitgliedschaft eigentlich einstellen. Aber ich habe mir etwas anderes überlegt. Ich habe meine alte Website neu aufgesetzt und dort einen Mitgliederbereich integriert. Vielleicht haben das einige von euch schon gesehen. Ich habe die Website komplett neu aufgebaut und die Kanalmitgliedschaft von YouTube, die wird jetzt auf meine Website übertragen, wo ich eben deutlich mehr Freiheiten habe und deutlich mehr Premium-Content für euch anbieten kann, wie ihr hier auf dieser Übersicht einmal seht. Neu hinzu kommt zum Beispiel auch ein Live-Depot und eine Live-Watchlist. Die Watchlist ist noch ein Arbeiter, aber da sehen wir ganz ausführlich aktuelle Top-Aktien, die man auf dem Schirm haben sollte. Warum ich da nicht gekauft habe, ob ich noch ausführlicher analysieren muss oder ob das Unternehmen etwas zu teuer ist. Und da habt ihr wirklich ein perfektes Rahmenwerk, wo ihr dann seht, vielleicht auch mal, wenn die Kurse nach unten gehen, hey, die, die, die Aktien, die stehen ganz oben auf der Watchlist, die waren zuletzt nur zu teuer und jetzt sind die eben günstig. Und da werden richtig viele neue Premium-Inhalte mit dazukommen und wie gewohnt natürlich alle Käufe, Verkäufe und weitere exklusive Analysen. In dieser Woche habe ich hier zum Beispiel einen ganz ausführlichen Artikel geschrieben, warum du als Privatanleger aktuell Anleihen auf jeden Fall in Betracht ziehen solltest oder zumindest als Beimischung für das aktuelle Portfolio mal näher ansehen solltest. Und für dich als Zuschauer, wenn du bisher noch nicht Kanalmitglied auf YouTube warst, aber wenn du sagst, hey, meine Videos findest du klasse, so eine Mitgliedschaft, fandest du eigentlich schon immer mal interessant, da kannst du dich auch mit wenigen Schritten auf der Website registrieren. Und für die ersten 20 Zuschauer, die sich neu registrieren und die sagen, ich möchte es einfach mal ausprobieren, möchte ich deshalb einen kleinen Bonus-Code mitgeben, nämlich mit dem Wutschein-Code DANKE20 für die 20.000 Abonnenten erhaltet ihr 50% Rabatt für den ersten Monat, könnt also für die Hälfte des Abo-Betrags das einfach mal für einen Monat ausprobieren. Wenn es euch nicht gefällt, kündigt ihr danach einfach wieder. Und wenn es euch gefällt, wovon ich ausgehe, dann freue ich mich, wenn ich euch als neues Pro-Investor-Mitglied auf meiner Website begrüßen darf. Das ist aber wirklich nur kurz und knapp, weil ich zuletzt so viele Nachrichten dazu bekommen habe. Ich weiß, einige meiner Zuschauer sind auch immer super kritisch, was Werbung betrifft. Und das einfach nur als neuer Hinweis, diese Woche ist die Website nämlich erst online gegangen. Und ein Kommentar unter dem letzten Video, wo wir auch direkt zu dem heutigen Thema kommen, war nämlich von dem lieben Börsenwunder, dass ich mal wieder unbekanntere Aktien vorstellen soll. Und wie ich auch immer sage, ich lese mir jedes von euren Kommentaren ausführlich durch und nehme mir das Feedback auch zu Herzen. Und den Vorschlag fand ich klasse, deswegen besprechen wir heute mal meine Top 5 unbekannten Aktien, die gleichzeitig aber auch günstig sind und qualitativ hochwertig und von denen ihr höchstwahrscheinlich eben noch nicht gehört habt. Und da starten wir auch direkt bei dem ersten Unternehmen, nämlich PSI Software, deren Software vor allem in Energieversorgung zum Einsatz kommt. Also gerade auch viele Versorger und Stromanbieter oder auch die Stadtwerke in Deutschland, die nutzen diese Software hier zur Verwaltung, sozusagen ein Navigationssystem für Strom, deren Plattform deckt eigentlich alles ab in diesem gesamten Bereich. Und das Tolle an PSI Software ist, sie haben nicht nur eine eigene Plattform, sondern auch einen eigenen App Store beziehungsweise eigene Applikationen. Was natürlich ein sehr interessantes Geschäftsmodell für unsere Investoren, wie ihr wisst, Märkte und Plattformen, die haben eigentlich mit den höchsten Margen und die besten Einnahmequellen. Da sehen wir auch mal, wie das aufgestellt ist. Und das Tolle daran ist, man kann sich einfach seiner Software so ein bisschen zuschneiden auf die Bedürfnisse, die einem eben gerade wichtig sind. Und so profitieren eben die Kunden von dieser Plattform, aber eben natürlich auch das Unternehmen. Über die Sequente habe ich ja schon mal ein bisschen was erzählt. Und an der Stelle, das ist auch natürlich nur eine kurze Vorstellung dieser fünf einzelnen Unternehmen. Also schreibt mir gerne in die Kommentare, zu welchem dieser Unternehmen ich vielleicht nochmal ganz ausführlich eingehen soll, wo ihr gerne mehr hören würdet. Und auch allgemein eure Videoideen oder Videovorschläge für die nächsten Videos. Aber das ist nur eine kurze fünf Auflistungen. Also ich kann natürlich nicht auf jeden Punkt dieser Unternehmen eingehen, aber ich versuche die wichtigsten, interessantesten Punkte abzudecken. Dementsprechend hier auch mal eine Übersicht auf die Region. Und PSI Software ist wirklich so ein kleiner Hidden Champion. Denn wie ihr seht, die sind nicht nur in Deutschland aktiv, sondern in ganz Europa, Amerika, in Asien. Also die decken wirklich einen riesengroßen Bereich ab. Aber Deutschland ist natürlich der größte Bereich. Das sehen wir auch immer aufgeschlüsselt bezüglich des Auftragseingangs und dem Umsatz. Allerdings, und da kommen wir auch schon zum ersten Kritikpunkt, zum ersten von zwei Kritikpunkten. Bei dem Unternehmen kamen im letzten Jahr viele Punkte zusammen. Es gab einige Sondereffekte, Abschreibungen, Umstellungen beim Management. Hier kamen viele Faktoren zusammen. Und gerade in dem Bereich Stromversorgung kam es da eben zu einem erheblichen Margeneinbruch. Wie das Management und auch die Analysten aber klar kommunizieren, handelt es sich nur um einen kurztätigen Einmaleffekt. In diesem Jahr sollen die Margen wieder stark anziehen. Und auch beim Umsatz gab es keine Auswirkungen, was ebenfalls dafür spricht, dass das einfach nur auf der Margen- und der Gewinnseite ein kurzer Sondereffekt war. Einen weiteren Risikofaktor gibt es aber noch zu erwähnen bei PSI Software. Denn hier gab es erst vor kurzem einen Hackerangriff und das Unternehmen musste seine gesamten IT-Systeme runterfahren. Ich konnte zum Beispiel auch gar nicht die offiziellen Geschäftsberichte direkt von PSI abrufen, weil sie wirklich alles runtergefahren haben. Aktuell gibt es hier nur eine Website, wo sie einfach auch aktuelle Updates posten. Das ist natürlich was, sowas sollte so einem Unternehmen nicht passieren. Dennoch kann sowas natürlich passieren und auch ihr als Privatperson seid im Internet solchen Gefahren ausgesetzt. Und deshalb ist es wichtig, dass man sich dagegen schützt. Und genau da konnte mein heutiger Sponsor anspielen, nämlich Surfshark VPN. Damit ist dein Datenverkehr ins Internet vollständig verschlüsselt. Und das Beste ist, du kannst dich von überall auf der Welt verbinden. Ich persönlich bin zum Beispiel ein großer Formel 1 Fan und die neue Saison, die hat jetzt auch letzte Woche erst begonnen. Aber RTL zeigt leider nur wenige Rennen im Free-TV und andere Streams sind ziemlich teuer. Allerdings werden die Rennen auch frei verfügbar im österreichischen Fernsehen gezeigt. Und mit Surfshark VPN kannst du dich ganz einfach mit einer österreichischen IP-Adresse verbinden und jedes Rennen kostenlos anschauen. In der Art gibt es ganz viele verschiedene Anwendungsfälle. Du kannst dich natürlich mit jedem anderen Land auf der ganzen Welt verbinden. Zum Beispiel, um die amerikanische New York Daily News aus Deutschland lesen zu können oder andere interessante US-Wirtschaftsmagazine. Dabei kannst du Surfshark VPN auf jedem deiner Geräte gleichzeitig nutzen und Surfshark ist auch der bestbewertete VPN-Anbieter im gesamten App Store. Über meinen Link erhältst du jetzt bis zu drei Monate gratis und das Abo mit einem Rabatt in Höhe von knapp 90% zum Preis einer Tasse Kaffee. Und das Beste dabei, du kannst es ganz entspannt 30 Tage kostenlos testen. Also lade dir die App am besten jetzt gleich über meinen Link herunter. Damit kannst du auch mich und meine Arbeit hier auf YouTube unterstützen. Und an der Stelle auch nochmal vielen lieben Dank an Surfshark VPN für das Sponsoring. Dann geht es aber direkt schon weiter mit der Aktienanalyse zur PSI Software. Und du siehst auch schon hier, abgesehen von diesem kleinen Umsatz- und Gewinnrückgang, sieht es hier insgesamt in der Gesamtaussicht wirklich gut aus. Die Cyberattacke und die Auswirkungen sind natürlich schwieriger abzuschätzen. Deswegen ist das Unternehmen wahrscheinlich auch aktuell so günstig bewertet. Und da kommen wir auch direkt zur Bewertung. Und PSI Software war auch eines der Unternehmen, die sich mit in der Einleitung euch vorgestellt hat. Denn wenn man hier ein 15er KGV als Bemessungsgrundlage nehmen würde, denn wir sehen auch schon in den letzten Jahren war das immer zu günstig. Selbst zum Tiefpunkt des Crash Anfang 2020, den natürlich jeder von euch mitbekommen hat, wurde die Einzelne nicht so niedrig bewertet. Und wenn wir das mal halt verachten, dann würde sich für Ende 2026 ein Kursziel von knapp 27 Euro und eine geschätzte Rendite von knapp 20 Prozent pro Jahr ergeben. Also wirklich sehr ordentlich. Und auch wenn wir hier mal grob auf den Fair Value nach KUV schauen, also das Kursumsatzverhältnis, dann sehen wir auch hier, dass das Unternehmen aktuell wahrscheinlich eher günstig bewertet ist. Es gibt allerdings nicht viele Analysten und das gilt für so gut wie jedes dieser Unternehmen, das wir hier im Anschluss betrachten, weil die einfach noch relativ klein sind. Aber die, die es gibt, die sind relativ positiv gestimmt und deren Kursziel liegt auch weit über dem aktuellen Kurs. Hier sehen wir fast ein Aufstiegspotenzial von 60, 70 Prozent. Und auch der Chart sieht aktuell sehr interessant aus. Hier sehen wir auch aufgrund des Margen-Einbruchs 2023 gab es natürlich auch hier einen Kurs-Einbruch. Und dieser letzte kleine Kurs-Einbruch, den wir hier sehen, der hat höchstwahrscheinlich mit der Cyber-Attacke zu tun, als sie rauskam. Also da ging es nochmal etwas weiter runter. Insgesamt sieht das aktuelle Kursniveau aber vor allem für langfristig antizyklisch orientierte Anleger sehr interessant aus. Und wie gesagt, die steht auch ganz oben auf meiner Watchlist. Und da werde ich in Zukunft auf jeden Fall nochmal ein paar Updates posten. Auf jeden Fall für alle Kanalmitglieder bzw. neue Website-Mitglieder. Das nächste Unternehmen ist wahrscheinlich mit das bekannteste von diesen fünf Aktien. Ich wollte es aber trotzdem mit reinbringen, weil es doch wahrscheinlich nicht jedem bekannt ist. Und weil es meiner Meinung nach eine sehr interessante Beimischung für das Portfolio ist, als japanisches Unternehmen, nämlich Shimano. Shimano verbinden die meisten euch wahrscheinlich mit dem Fahrradbereich, nämlich mit Gangschaltungen. Da sind sie Marktführer und haben auch einen geschätzten Weltmarkt-Marktanteil von über 50 Prozent. Was aber viele von euch wahrscheinlich noch nicht wissen, wenn ihr nicht aus diesen Bereichen kommt. Sie sind auch sehr groß im Angelbereich und liefern auch Ruderequipment. Das haben wir ja auch vorhin gesehen bei diesen Angelspulen, die eben Shimano hier auch anbietet. Und im Ruderbereich sieht es eben so aus, da liefern sie sogar auch mit die Schuhe und sind da auch ein relativ großer Player in diesem kleinen Nischenbereich. Das große Problem bei Shimano ist, durch diesen Fahrradboom während den letzten Jahren, 2021, 2022, da ist ja gerade dieser Bereich enorm angewachsen. Da haben sie natürlich auch Umsatz- und Margenrekorde erzielt. Und wie bei fast allen Unternehmen, die sehr stark in dieser Zeit waren, kam es danach zum Umsatz- und Gewinn-Einbruch. Und genau damit hat das Unternehmen aktuell zu kämpfen. Meiner Meinung nach ist aber der Tiefpunkt erreicht und davon gehen auch die Analystenschätzungen aus, denn die Prognosen sagen, die Marge wird jetzt im Laufe der nächsten Jahre wieder anziehen. Und auch das Umsatzniveau soll spätestens nächstes Jahr über dem Vorjahreswert wieder sein. Hier sehen wir auch nochmal die genaue Verteilung nach Segmenten. Und da sehen wir natürlich auch nochmal das starke Wachstum in diesem Fahrradbereich. Aber was ich auch sehr spannend finde, der kleinere Angelbereich, auch der wächst über die letzten Jahre konstant an. Was auch zeigt, dass Shimano hier in diesem Nischenbereich eine sehr gute Marktstellung hat und ja auch wirklich ein ordentliches Wachstum erzielt. Was die Region betrifft, ist das Unternehmen wirklich toll und breit diversifiziert. Vor allem in Asien als japanisches Unternehmen und in Europa. In Amerika sind sie noch eher unbekannter. Gleichzeitig ist hier aus meiner Sicht aber noch sehr viel Wachstumspotenzial da. Wenn wir hier mal genau auf diesen dunkelblauen Balken schauen, da gab es ja fast schon eine Verdreifachung in den letzten 10 Jahren. Also gerade hier sehe ich auch noch viel Wachstumspotenzial für das Unternehmen. Insgesamt abgesehen von diesem Gewinneinbruch in den letzten Jahren, der ja auch verständlich ist. Also wenn sich da alle ein Fahrrad gekauft haben, dann brauchen sie natürlich erstmal keines mehr. Aber das ist natürlich eben auch ein Sondereffekt. Dafür hat das Unternehmen kurzzeitig sehr viel verdient. Und da sind wir auch schon beim positivsten Punkt meiner Meinung nach. Nämlich die Bilanz ist hervorragend und die Verschuldung. Also wie bei vielen japanischen Unternehmen, Shimano weist wirklich eine perfekte Bilanz aus. Und das Cashvermögen in der Bilanz ist unglaublich hoch. Also damit könnten sie fast jede große Übernahme in diesem Bereich finanzieren. Sie sind ja eh schon das größte Unternehmen. Das heißt, daraus ergibt sich unglaublich viel Potenzial. Und das ist natürlich auch ein Betrag, wie als Aktionäre. Den müssen wir eigentlich theoretisch bei der Bewertung mit draufrechnen. Und ich habe dazu auch mal bei den mittlerweile euch schon bekannten Stock-Free-Score reingeschaut. Wie das Unternehmen hier genau abschneidet bei dem Punkt Qualität und Verschuldung. Und hier sehen wir auch 98% von 100%. Also was Margen, Eigenkapitalquote, Eigenkapitalrendite, Zinsdeckung und Schuldenquote. Und all diese Punkte betrifft das Unternehmen perfekt aufgestellt. Und das ist natürlich auch gerade für uns interessant. In Anbetracht der unsicheren Wirtschaftslage und der Hund Zinsen. Da könnte Shimano wirklich ein perfekter Play sein. Und in Anbetracht dessen ist die Bewertung auch wirklich fair oder angemessen. Wir sehen auch schon, wir können das Unternehmen hier historisch ganz gut bewerten. In der Vergangenheit gab es ja auch schon mal so eine stärkere Wachstumsphase, die gefolgt war von der längeren Seitwärtsphase. Diese Seitwärtsphase, da sind wir ja gerade mittendrin, beziehungsweise schon in einer leichten Abschwungphase, die wir gesehen haben. Das heißt, es könnte ja gut sein, dass wir hier im Laufe der nächsten Jahre wieder diese nächste Aufschwungphase sehen. Und in 25er KGV in Anbetracht, all diese Punkte, die wir besprochen haben, ist aus meiner Sicht auch fair. Und damit würde sich für Ende 2026 ein Kursziel von ungefähr 165 Euro und auch eine relativ ordentliche Rendite von ungefähr 11% pro Jahr ergeben. Chart-Technisch bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob wir jetzt oder vielleicht sogar noch ein bisschen später den perfekten Einstieg finden könnten bei Shimano. Weil zum einen bewegen wir uns hier auf diesem mittel- bis langfristigen Aufwärtstrend, wo die Aktie aktuell jetzt gerade aufprallt. Zum anderen haben wir auch hier eine sehr bedeutende historische horizontale Unterstützungszone, wo theoretisch der Aktienkurs noch etwas Luft nach unten hätte. Eine Möglichkeit wäre hier jetzt den ersten Kauf zu tätigen und noch etwas Kapital überzulassen für einen möglichen Nachkauf dann bei ungefähr 110 Euro. Auch Shimano steht dabei ganz oben auf meiner Watchlist und wie ich da genau vorgehe, da werde ich natürlich auch weiteres im Laufe der nächsten Wochen nochmal posten. Dann kommen wir zu dem einzigen dieser fünf Unternehmen, das ich schon mal auf meinem Kanal besprochen habe, nämlich Fabersoft, eines meiner favorisierten Unternehmen im Nebenwertebereich. Ich nehme sie normalerweise auch in die Top-Aktion aus Deutschland mit rein, aber genau genommen sind sie ein österreichisches Unternehmen. Und wir sehen auch schon, warum. Deutschland ist mit der größte Bereich. Direkt danach kommt Österreich, dann Schweiz und dann noch andere mitteleuropäische Länder, beziehungsweise auch USA. Dazu kommen wir gleich. Aber insgesamt war in DACH-Regionen ein sehr stark aufgestelltes Unternehmen und vor allem im Bereich der Behörden sehr groß. Denn das Geschäftsmodell mit einem Wort zusammengefasst ist Wissensmanagement. Letztendlich versuchen sie Akten und all das, was eigentlich bei unseren Behörden mit zu viel Bürokratieaufwand verbunden ist, zu digitalisieren. Beziehungsweise sie versuchen es nicht nur, sie machen es schon seit über 30 Jahren und das ist auch sehr erfolgreich. Insgesamt kann man da einfach alle Aspekte, die es so gibt, digitalisieren, in digitalen Ordnern abspeichern und hat dann Online-Zugriff auf alle Dokumente. Und das ist natürlich gerade für Behörden sehr interessant. Die machen auch die größte Kundengruppe von Fabersoft auf. Und wir alle kennen die deutschen Behörden, da ist noch sehr, sehr, sehr viel Luft nach oben. Und dementsprechend ist das Unternehmen natürlich auch sehr gut aufgestellt. Und die große Stärke ist vor allem, dass es einfach so viele unterschiedliche Daten bei den ganzen Unternehmen gibt. Und genau dafür hat Fabersoft viele verschiedene, unterschiedliche Lösungen, womit eben all diese verschiedenen Kategorien an Daten, die anfallen, eben vor allem in physischer Form, wie wir auch hier sehen, digitalisiert werden können und man sozusagen einen digitalen Aktenschrank hat. Auch Fabersoft hat in den letzten Jahren etwas gelitten unter dieser angespannten Wirtschaftsphase. Da gab es auch so eine kleine Umbruchphase im Unternehmen. Der Umsatz hat sich weiterhin sehr gut entwickelt über die gesamte Dauer. Allerdings gab es hier bei der Marge auch so eine kleine Transformationphase, die ist aber auch schon abgeschlossen. Die Marge soll in Zukunft wieder stark ansteigen. Und wir sehen auch in seinen Bereichen Fabersoft mit Abstand Marktführer. Also es gibt ja auch große Unternehmen wie IBM, Adobe oder Oracle, die natürlich auch Lösungen in diesem Bereich anbieten. Aber das ist eben der Vorteil von kleinen, auf eine bestimmte Nische sich fokussierenden Unternehmen. Die sind dann eben besonders stark in diesem Bereich, weil sie eben nicht alles machen, sondern eben genau das. Wir sehen auch schon hier an dieser Studie, da sind sie mit Abstand das beste Unternehmen. Also je weiter rechts oben, desto besser. Und da stechen sie die Konkurrenz aus. Was ich aber so interessant finde an der Fabersoft ist die Tochter Mindpreis. Das ist glaube ich schon mittlerweile die 100%ige Tochter oder knapp 100%. Und die sind vor allem in Amerika sehr stark. Und die haben ein ganz besonderes Produkt und das wurde auch schon mehrfach ausgezeichnet. Wir sehen auch schon hier, sie haben da wirklich viele verschiedene Preise gewonnen. Sogar zu den weltweit erfolgreichsten Top 50 KI-Unternehmen. Und diese Auszeichnung haben sie vor dem KI-Hype bekommen, nämlich schon Ende 2021. Hier sehen wir auch auf dieser Studie, auch hier stechen sie die Konkurrenz weit aus. Und zwar nicht nur irgendwelche unbedeutlichen Konkurrenten, nämlich Microsoft, Google, IBM. Also viele große Big Player, weil sie sich eben auch hier auf diese Nische fokussieren. Und ich habe es schon erwähnt, das ist sozusagen ein Google für Unternehmen. Hier sehen wir auch die Überschrift Inside Engines ist das Fachwort dafür. Das ist sozusagen eine Suchmaschine für alle eigenen Unternehmensdaten. Wie wir auch vorhin hier schon gesehen haben, es gibt einfach tausende verschiedene Daten. Jeder von euch wird es wahrscheinlich kennen. Manche Sachen findet man einfach bei den Unternehmen nicht, weil es überall auf treuten Ordnern liegt. Manches liegt bei Teams, manches ist irgendwo anders abgespeichert. Mit Mindpriest kann man sozusagen in den Unternehmensdaten googeln. Und es gibt hier noch weitere Tools für die Unternehmen, weitere Analysewerkzeuge, sodass große Unternehmen auch wirklich einen Vorteil haben, die Software zu nutzen. Und gerade dieser Bereich ist in den letzten Jahren extrem stark gewachsen. Von 18, 19 auf 19, 20 war das Wachstum 35%. Jetzt gab es aktuell diese Checknetionsphase und jetzt steht das Wachstum auch wieder stark an. Auf die aktuellen Daten müssen wir noch warten, aber auch hier soll das Wachstum wieder deutlich anziehen. Und genau in diesem Bereich sehe ich eben besonders viel Potenzial. Und das war auch der Screenshot, den ich ebenfalls in der Einleitung mitverwendet habe. Fabersoft schneidet in so gut wie jeden dieser Kennzahlen perfekt ab. Also das Umsatzwachstum und vor allem die Aspekte, die aus meiner Sicht insgesamt eigentlich viel zu wenig verwendet werden oder erwähnt werden bei so Finanzanalysten oder allgemein bei Finanzanalysen, ist die Eigenkapitalrendite oder die Rendite auf das eingesetzte Kapital. Alles über 10% ist schon extrem gut. Und hier haben sie in beiden Bereichen teilweise über 20%, sind also unglaublich stark aufgestellt. Auch was die Verschuldungssituation oder die Bilanz betrifft, schneidet das Unternehmen hervorragend ab. Also insgesamt wirklich top aufgestellt. Und worauf ich auch immer gerne achte bei Unternehmen, ist die Mitarbeiterkultur oder wie das Unternehmen allgemein so von den Mitarbeitern bewertet wird. Und da schneidet Fabersoft auch wirklich sehr gut ab. Wir haben auch schon, das ist hier auf dem Screenshot nicht mehr ganz drauf, ein Award für die Top Company to Work bekommen. Also auch was diese Faktoren betrifft, sehr gut. All diese starken Aspekte und der schöne Ausblick, vor allem im Bereich Digitalisierung, der hat natürlich auch seinen Preis. Fabersoft wird hier wirklich relativ hoch bewertet. Aber wir sehen auch schon, das war in der gesamten Historie so. Also dieses 30er KGV, damit wurde das Unternehmen auch schon vor knapp 10 Jahren bewertet. Und wenn wir davon als faire Bewertungskennzahl ausgehen, dann erwartet uns für Anfang 2026 ein faires Kursdienst von knapp 30 Euro, eine geschätzte Rendite von ungefähr 13% pro Jahr. Und auch wenn wir hier auf das KUV schauen, also den Umsatzwert, dann sehen wir auch hier, dass das Unternehmen tendenziell historisch gesehen eher günstig bewertet ist. Auch hier finde ich den Blick auf den Chart sehr interessant. Ich habe das Unternehmen, wie gesagt, schon mal vorgestellt auf meinem Kanal. Da hat es noch hier bei knapp 15 Euro notiert. Seitdem ist die Aktie schon um knapp 50% angestiegen. Und ja, wer hier vielleicht noch ein bisschen günstiger einsteigen will, der wartet noch mal auf einen kleinen Rücksetzer. Da ist natürlich die Frage, ob der auch wirklich kommt, also ob es den gibt. Aber abgesehen davon ist die Bewertung und die Chart-Situation momentan sehr interessant, wie ich finde. Dann machen wir direkt auch schon weiter mit dem vierten Unternehmen, das ich ebenfalls noch nie zuvor erwähnt habe, nämlich die Nynomic Group. Und die habe ich vor allem mit reingenommen, weil es einfach ein ganz anderes Unternehmen ist. Es ist kein typisches Aktienunternehmen, sondern eine Holding in einer Nische. Sie vereinen viele Hidden Champions unter ihrem Dach. Und das finde ich persönlich ein extrem interessantes Geschäftsmodell, gerade für uns Investoren. Und wir haben es auch schon hier gesehen, der Photonics Group. Hier sind wir nämlich in dem Bereich grafische Messgeräte oder rund um Werkzeuge, Geräte, Tools. Da werden wir gleich später nochmal näher drauf eingehen, wo man Sachen grafisch messen kann oder die teilweise auch in der Wissenschaft zum Einsatz kommen. Ich zeige euch da gleich noch ein paar Beispiele. Aber da haben sie wirklich viele verschiedene Unternehmen unter ihrem Dach. Und ich finde das persönlich ein extrem interessantes Geschäftsmodell. Hier sehen wir auch einmal die Aufschlüsselung. Und das ist auch ein Hidden Champion, der international verbreitet ist. Deutschland und Europa, der größte Bereich. Dann kommt aber auch schon Amerika und Asien. Wie ich finde, eine sehr interessante Aufteilung. Und da sehen wir auch schon, welche interessanten Bereichen sie tätig sind, nämlich Clean Tech, Life Science und Green Tech. Also vor allem auch viele interessante Zukunftsbereiche. Und hier sehen wir einmal solche Messgeräte von einem der Unternehmen aus der Holding, nämlich NLIR. Und wir sehen auch schon, wie hochwertig und wissenschaftlich der Hintergrund ist von diesen Unternehmen. Diese Brand von Nynomic ist nämlich ein Spin-Off von der Technischen Universität von Dänemark, wo man vielleicht noch mal ein bisschen mit mehr anfangen kann, wie solche Bereiche in der Praxis zum Einsatz kommen. Das sehen wir hier einmal im Farming. Also hier sind wir im Bereich Green Tech. Da sehen wir, das Unternehmen stellt teilweise solche kleinen Messgeräte her. Man muss natürlich auch sagen, komplexer Bereich, der nicht so leicht ist zu durchdringen. Ich habe mir das Unternehmen sehr ausführlich angeschaut, versucht es natürlich hier nur kurz und knapp für euch zusammenzufassen, was nicht ganz leicht ist. Aber auch hier können wir gerne in die Kommentare schreiben, welches Unternehmen mal ganz ausführlich und groß betrachten soll in einer größeren Analyse. Da sehen wir noch mal einen weiteren Bereich. Auch hier solche Kameras und Scan-Geräte, mit denen teilweise auch Ackerflächen oder bestimmte Eigenschaften von diesen Ackerflächen gemessen und analysiert werden können. Wenn wir schon mal im Bereich grüne Pflanzen sind, sind teilweise auch solche Detektoren, womit Rauschmittel da erkannt und erfasst werden können. Und das sind ganz kleine mobile Geräte, die die Polizisten in der Tasche mitnehmen können. Und dieser Bereich darf natürlich auch nicht fehlen in der heutigen Zeit. Sie arbeiten auch im Halbleiter-Bereich, also im Chip-Bereich. Da stellen sie teilweise auch Messgeräte für solche hochkomplexen Maschinen her, mit denen eben auch Halbleiter mit produziert werden. Hier sehen wir noch mal eine breite Übersicht von Medizin bis Verteidigungsbranche oder Technologie allgemein. Sie decken hier wirklich viele Felder in diesem hochkomplexen Nischenbereich ab. Was ich persönlich interessant finde, ist diese vertikale Integration. Heißt, sie haben in jeder Kategorie verschiedene Unternehmen. Also was einfach nur allgemeine Lösungen betrifft, bestimmte Systeme oder einzelne Komponente von Systemen. Und jedes dieser Unternehmen deckt nochmal unterschiedliche Sektoren und Segmente ab in der Breite. Das heißt, wir haben diese schöne horizontale und vertikale Diversifikation. Und wir sehen auch, das Unternehmen hat sich in letzter Zeit sehr gut behauptet. Und hier sieht auch alles hervorragend auf bei dem Blick auf die Umsatzkennzahlen. Die Marge soll in den nächsten Jahren weiter ansteigen. Der Umsatz entwickelt sich auch sehr gut und nachhaltig. Und hier gibt es eigentlich nichts zu meckern. Und wir sehen auch schon hier, warum Nebenwerte auch so interessant sind. Weil viele dieser Aktien bleiben eben für lange Zeit unentdeckt. Und wenn sie dann entdeckt werden, dann erhalten die direkt einen ordentlichen Bewertungsaufschlag. Der natürlich auch zum starken Anstieg des Aktienkurses führt. Und das sehen wir auch hier in der Historie. Vor zehn Jahren, da war das Unternehmen noch relativ unbekannt. Wurde auch vergleichsweise günstig bewertet. Und als das näher an den Fokus gerückt ist, dann hat sich hier relativ schnell diese historische durchschnittliche Bewertung von ungefähr einem 20er KGV etabliert, mit dem das Unternehmen eigentlich in dieser Phase von 2016 bis 2019 bewertet wurde. Mittlerweile ist die Bewertung auch noch mal ein kleines Stück angestiegen. Aber wenn wir mal bei dieser, ich sag mal eher konservativen Bewertung bleiben von dem 20er KGV, dann ergibt sich ja auch schon eine geschätzte Rendite von 12 Prozent für Ende 2025. Wenn wir hier mal einen kleinen Aufschlag vornehmen würden, der in den letzten Jahren immer noch theoretisch so günstig gewesen wäre und auch aktuell noch zu niedrig ist für das Unternehmen, dann würde sich schon ein faires Kursziel von über 45 Euro eine geschätzte Rendite von knapp 21 Prozent pro Jahr ergeben. Auch hier finde ich den Chart sehr interessant. Hier bewegen wir uns zum einen auf diesem langfristigen Aufwärtstrendkanal. Ich weiß, der ist hier nicht perfekt eingezeichnet, aber insgesamt zeigt er, glaube ich, ganz gut auf, wohin die Richtung geht bei der Aktie. Zum anderen sollten wir aber nochmal einen stärkeren Rücksatz erleben, wartet hier auch diese wichtige horizontale Unterstützungstone. Also hier hätten wir so eine doppelte Absicherung. Auch hier ist natürlich die Frage, fällt die Aktie überhaupt nochmal, dass man hier eine günstigere Kaufchance bekommt oder ist der Zug vielleicht schon abgefahren. Aber auch hier könnte man eben zwei einzelne Käufe tätigen. Dann wären wir auch schon beim letzten Unternehmen und das ist einer meiner absoluten Favoriten von diesen fünf Arzt sind, die einfach mehrere Faktoren, die ich von all diesen anderen vier Unternehmen spannend fand, eigentlich vereinen, aber natürlich auch ein paar individuelle Risikofaktoren aufweisen. Amadeus Fire und wir sehen auch schnell ganz groß Personaldienstleistungen. Ebenfalls ein deutsches Unternehmen, das unter anderem auch mit dem Arbeitsamt zusammenarbeitet und sich rund auf den Bereich Personalvermittlung und Weiterbildung fokussiert hat. Und ebenfalls ein ganz großer Bereich in der Politik ist ja aufgrund auch von der Dynamik, der Technobilisierung, Umschulungen und Fortbildungen. Und genau hier in diesem Bereich ist das Unternehmen extrem stark aufgestellt. Hier sehen wir auch eine Übersicht, die sind in ganz Deutschland vertreten, bieten hier überall ihre Dienste an. Teilweise auch Training und Weiterbildung, teilweise auch Personal, Dienstleistung, Vermittlung. Also will sie wirklich Personal an Unternehmen, die zum Beispiel für ein großes IT-Projekt IT-Experten kurzfristig brauchen, dann eben an diese Unternehmen vermitteln und so eben auch ihre Einnahmen generieren. Hier an der Gewinnflussrechnung sehen wir auch, dass ein Unternehmen sehr schön aufgestellt ist. Material und Lohnkosten machten hier natürlich einen großen Bereich auf. Aber ansonsten ist vor allem Vertrieb und Marketing ein großer Bereich. Hier gibt es aus meiner Sicht eigentlich immer Verbesserungspotenzial langfristig, aber auch unabhängig davon bleibt dann auch wirklich ein guter Anteil vom Gewinn übrig. Auch Amadeus Fire weist eine sehr gute Eigenkapitalrendite auf. Das habe ich ja schon bei Fabersoft gelobt. Und was mir vor allem sehr gut gefällt, ist, dass die Margen extrem stabil sind. Diesen Einbruch 2020, da kann das Unternehmen natürlich nichts dafür. Wenn wir ins Thema wegbleiben, dann haben sie wirklich extrem stabile Margen. Und auch die Finanzkrise 2007, 2008, 2009, die ist ja eigentlich überhaupt nicht zu sehen in der Geschäftsentwicklung. Also auch gerade mit Blick auf die Zukunft, ein sehr solides Unternehmen. Das einzige Risiko, was ich hier sehe bei Amadeus Fire oder ein paar Punkte, die mir nicht so gut gefallen, wäre zum einen, dieses Risiko kann sich vielleicht sogar schon erledigt haben an der Vergangenheit, das relativ hohe Payout Ratio, also fast der gesamte Gewinn wurde in Dividenden ausgeschüttet. Auch für Dividenden-Investoren kann es natürlich ganz interessant sein. Ich glaube, die aktuelle Dividendenrendite, die liegt bei über 3,5. Aber wie wir auch hier sehen, in Zukunft soll sich das verbessern. Also aufgrund dieser besonderen Lage in den letzten Jahren mussten die Dividende auch mal kurz streichen. Die soll wieder direkt stark ansteigen und der Gewinn steigt eben deutlich stärker an. Dementsprechend würden wir uns hier in Zukunft in einem sehr gesunden Payout Ratio bewegen. Und den aufmerksamen Zuschauern unter euch, denen ist mit Sicherheit schon mal der andere Punkt auch aufgefallen. Die relativ hohe Schuldenquote zuletzt, beziehungsweise der hohe Goodwill. Hier gab es eben eine große Übernahme, das haben wir ja vorhin auch schon gesehen, im Bereich Personaldienstleistungen und Weiterbildungen, die unter anderem auch mit dem Arbeitsamt zusammenarbeiten. Das ist die hundertprozentige Tochter mittlerweile von Amadeus. Was ich aber auch hier positiv beurteilen muss, ist zum einen, dass die hohen Schulden relativ schnell abgebaut wurden. Und vor allem auch die Tilgungsrate, also auch der monatliche Cashflow, der wirklich frei zur Verfügung steht, dass der ja auch stark angestiegen ist. Also die Übernahme hat sich auf jeden Fall auch ausgezahlt. Wenn man hier diesen hohen Goodwill hier im Hinterkopf behält, dann ist das doch auch hier insgesamt ein relativ solides Gesamtbild. Auch hier habe ich mal auf die Mitarbeiter- und Bewertungen geschaut. Und gerade bei so einem Bereich Personaldienstleistung, Vermittlung, Weiterbildung, da dachte ich mir schon, oh, da sind die Bewertungen bestimmt nicht so gut. Aber im Gegenteil, das Unternehmen hat eine extrem gute Mitarbeiterkultur, eine Weiterempfehlungsrate von über 90%. Eine wirklich sehr hohe Bewertung wurde auch als Top Company 2024 bereits schon ausgezeichnet. Und auch hier ist die Bewertung wirklich günstig, wenn man sagen muss. Wir sehen auch schon historisch gesehen, war diese 1500 KGV eigentlich immer zu niedrig. Aufgrund der Übernahme den hohen Schulden habe ich das jetzt doch mal hergenommen. Und selbst damit würde sich für Ende 2025 ein Kursziel von 140 Euro und eine sehr ordentliche Rendite von ungefähr 20% pro Jahr ergeben. Wenn wir jetzt mal das Kursziel erhöhen, wenn wir sagen, die Schulden, die bauen sie weiter ab und auch der Goodwill, der ist kein Problem. Das haben sie alles gut kalkuliert, die Übernahme. Und wir würden das Unternehmen so bewerten, wie es historisch in den vergangenen Jahren bewertet werden würde, dann hätten wir noch ein viel größeres Aufwärtspotenzial. Ein Kursziel von fast 200 Euro und eine geschätzte jährliche Rendite von fast 40%. Auch hier, was die Bewertung auf Basis des KUVs, also des Kursumsatzverhältnisses betrifft, scheint das Unternehmen ebenfalls günstig bewertet zu sein aktuell. Und hier habe ich auch nochmal von Stockfree in die Bewertung nochmal ein bisschen genauer reingeschaut. Und da sehen wir einmal, auch im Vergleich zum Markt oder der Branche, das KGV extrem günstig. Und da ist es ja umso spannender, das KGV nochmal im Verhältnis zum Gewinnwachstum zu beziehen. Also habe ich mir auch das Packrash nochmal angeschaut. Und auch hier ist das Unternehmen historisch günstig bewertet und deutlich niedriger als die Konkurrenz oder auch die Branche. Gleichzeitig scheinen wir hier einen extrem interessanten Einstiegspunkt zu erwischen. Dementsprechend bewegt sich die Aktie auch wirklich ganz oben in erster Position auf meiner Watchlist. Und ich habe sie auch schon für all meine YouTube-Kanalmitglieder oder jetzt eben auch den Pro-Investor-Mitglied auf meiner Website. Habe ich das Unternehmen schon vorgestellt vor einiger Zeit. Habe auch noch nicht gekauft. Und es war auch die richtige Entscheidung. Der Aktienkurs kam hier nochmal etwas weiter zurück. Und hier müssen wir jetzt genauer schauen. Hier gibt es mehrere Unterstützungszonen. Unter anderem auch diesen langfristigen Aufwärts-Trend-Kanal. Insgesamt, was die Bewertung, die Chart-Situation betrifft, meiner Meinung nach mit das interessanteste Unternehmen von allen. Aber da würde mich vor allem für euch mal interessieren, welches Unternehmen aus dieser Auflistung war Favorit? Welches kanntet ihr vielleicht schon? Welches habt ihr hier heute zum ersten Mal gehört? Und wie immer, ich würde mich natürlich sehr auch über euer Feedback, über eure Kommentare freuen. Wie ihr wisst, lese ich jedes Kommentar, diskutiere auch gerne mit euch mit im Kommentarbereich. Und an der Stelle auch mal ein herzliches Willkommen an alle neuen Kanalabonnenten, die heute auf den Abo-Button neu geklickt haben oder jetzt gerade erst draufklicken. Ihr verpasst dann in Zukunft kein weiteres spannendes Aktienvideo mehr. Schaut auch gerne auf meiner Website mal vorbei. Und wie gesagt, mit dem Code DANKE20 haltet ihr exklusiv die ersten 20 Nutzer für den ersten Monat 50% Rabatt und ihr könnt die Mitgliedschaft einfach mal testen. Und dann wünsche ich euch abschließend noch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Video.